Liebe Vonovia-Meter, heute ist Freitag, der 12.04.2019. Ich habe heute in Briefkassen die außerordentliche fristlose Kündigung durch Kanzlei Oletz erhalten. Auf das Schreiben mache ich jetzt das Video hier jetzt und das ist quasi mein Geschenk an diese außerordentliche fristlose Kündigung. Normalerweise würde jeder andere in Panik geraten. Ich lache diese Anwälte sowieso schon lange aus. Aber schauen wir doch mal, worum es hier geht. Ich habe Ihnen bereits ein Video zur Verfügung gestellt, dass bei mir der Halskörper erneuert wurde, aber der Zähler hier dran halt fehlt. Und ohne diesen Zähler kann man hier keine Werte errechnen. Also die Vonovia schätzt quasi hier bei mir meinen Verbrauch ab, aber man weiß so gar nicht, wie oft ich diesen Halskörper aufgedreht habe und wie oft nicht. Wenn Sie lieber Ihre Arbeit richtig machen würden, anstatt uns Mittag zu kündigen, dann hätten wir doch alle kein Problem mit diesem Unternehmen. Man sieht, mein Heizkosten liegt bei 77.0 Cent Euro und ich habe trotzdem hier eine gewisse Nachforderung. Wie können Sie auf diese 77 Euro, wenn ich doch hier gar keinen Zähler dran habe, ja, also wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen. Wie kann diese Firma ohne einen Zähler hier dran meine Werte abschätzen? Das möchte ich wissen. Mich zu kündigen, zu drohen, zu anzeigen, mit Gerichtsvollzieher zu drohen, abzumahnen, mein Gott, das wird doch nicht ziehen. Macht eure Arbeit lieber richtig, das ist viel wichtiger. Schöne Grüße nach Bochum, ja, und wir sehen uns auf jeden Fall vor Gericht. Ich hoffe, dass Sie auch zur Verhandlung kommen. Und ich hoffe natürlich, dass mein Geschenkinhalt auf jeden Fall gefallen hat. Alles Gute und bis zum nächsten Video.